Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Wir haben den Ausbildungsmarsch Wir sind dabei Einmal im Norden kalt Das macht nichts Erstmal fahren wir zurück in eine kleine Auto Aktuell wird noch Strom eingefahren Jetzt Nächster Plan ist Stroh Stroh Gras 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 auf der Wiese Wiese Gras 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 oder habe ich dann einfach kein Mod drauf. Mal schauen, was da ist. ich habe es irgendwo hingestellt wo weiß ich es nicht genau ich habe hier ich habe hier eigentlich Gras gemäht und das gemacht wird zurück sein wird auch alle kühlen sein mit denen auch wieder besser gewicht gewicht und der sowieso nicht gut ok ich habe hier mal eine Fett vorgesehen zum mähen der brauche der fährt ein bisschen langsam das ganze eingestellt war der fährt der fährt der fährt ich habe wieder ein und dann aushängen wir haben hier das gewicht rein stellen ganz vorne hohen und dann entsprechend hin auch der traktor wird nicht zu Ich hab's auch hier reingestellt, ja genau, wenn zwar wohl die Höhe hier passt. Das hätt ich mir gedacht, haha, ja, unser Servus-Wahn, da fahren wir hin, ob wir hier rateln und das Gewicht rauskriegen. Wir werden ein bisschen fahren, ein bisschen, ein bisschen aus dem Servus-Wahn, da können wir die Wartung durchführen. Nee, das kann man blühen, oj oj oj. So. So. Ist auch nicht so schwer. Schöne mal auf. Schlange her. Ja. Ja, da war's. So. Finde ich gut. Ja, machen wir das gut. Konfigurieren. Radgewichte. Ja, das wollte ich haben. Das ist noch besser. Der zürftet eigentlich besser sein. Urschladen. Normalerweise ist es ja so gedacht. Das ist ja mehr, ne. Dann gehst du immer noch hochkriegen. Ja, da fände ich schon schwerer. Wissen weich nicht. Wollen wir ausprobieren? Der ist noch für nicht weiter. Dann wären wir eigentlich den Tag der Tauschen. Das bringt ja nichts. So, dann können wir das Video aufnehmen. Mal schauen auf den anderen Kurs. Ja, vielleicht ist es blöd. Besser werden wir in anderen Zeitungen. Und wenn wir noch brauchen wir keinen Strom. Und der Strom ist noch nicht reif. Aber wir müssen eigentlich jetzt gerade vorbei. Das heißt, wir müssen im Moment vorbei werden. Dann machen wir hier mit dem Montaktor. Damit der Arbeit fertig ist. Zell 2 wird Stroh einlagern. Und wir fahren am besten schon mal zum Zell 13. Und dann bereiten wir uns noch die Lände vor. Für lokale Schutreide. Schon sehr bereit. Für die Einnahme klappt. So, dann kommen wir hier. Dann gehen wir hier. So, da ist vorne schon richtig nix. O-Taro, hat er gefallen. Ist genau richtig in den Zeitpunkt? Was tut es? Wahnsinnig. Hat er noch gewollt jetzt? Hat der Wolltich nichts. Hauptsache nicht im Weg. Kann auch passieren. So, voll Gas zur nächsten Erde. Das wird um die Werte kommen, wird es ja so, ok. X2 sieht hier rechts ein bisschen komischer aus, überschworen. So, wir haben den Warnersinn, ein bisschen teilen. So, wir haben den Warnersinn. 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 Da ist der Warnersinn, woher sie es ist. Da ist er. Das heißt, er kriegt mir eine Franke am Weg. Vielleicht kann ich das mal sehen. Wo ist die Bücherin vorne? Ja, das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Eww 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 Dann kommen. So, ne? Wie ist es? ja ja Leicht anrissen. Bequem wird vielleicht getrafft. Jetzt genau umgekehrt. Ja, das passt jetzt. Ich habe vor langem Glück gehabt. In manchen Fällen ist aber auch Traktor, die hat den Eierkatz gewünscht. Da ist er einfach. Auch hier, wenn man mit dem Auto einschaffen, dann bin er am Tag. Dann wird er einfach ausfüllen. Ein bisschen der Produktion. Jünger, Mischfutter, eins mal noch. Ja. 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 Ja.